Ein Mercedes-Benz Vito steht hier zum Verkauf. Der gelbe Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 78.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2011. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Einparkhilfe, und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 163 PS auf ein Automatikgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1.000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohausködler. Ständig 1.000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohausködler. Ständig 1.000 Ford auf Lager. Größte aus 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 Lager. Gr